ja auch level 21 so jetzt habe ich mal über 40 Pfeile hoffe ich gehe es richtig das stammt hier wo ja pronto ach ja hier der dicke diese Viechernerven so hart diese Pissvögel ja die haben ja auch das stimmt vor allem wenn du alleine spielst kannst du den nicht mal so leicht töten du musst du kannst den wirklich ja ich habe da vorhin bestimmt 30 Pfeile reingeschossen die spickten auch alle in den drinnen aber die wurden halt nicht als Schaden anerkannt das ist halt dumm wo sind denn jetzt die ganzen schwarzen Bären hin da habe ich schon rausgerabt ja sag doch was ich hatte gerade gesagt ich habe mir gerade in real life in die Hose geschissen ach wo auf einmal sind die ganzen schwarzen Bären weg gut reichen tut es noch lange nicht aber kannst auch erstmal was anderes machen wenn du möchtest ja aber ich würde nochmal dann irgendwann los das ist schon geil mit dem wie ich würde machen ich hätte Bock was du mach ich räume erstmal ein Inventar aus was ich da so da habe gab es nochmal Stroh Stroh musste mit der Spitzhack auf Bäumen kloppen da war vielleicht dafür muss ich am Wasser sein ne ähm wir können dann auch ne Dings bauen ähm muss mal gucken ob du schon Stein äh na sag schon Steinwasseranlage bauen kannst nein noch lange nicht ist das nicht relativ zeitig nein ja kannst du kein Plan verbauen mit einem 15 oder so will ich doch noch gar nicht doch gar keine mehr aufhören da draußen mir wird's ne echt genau vor der Hütte der Bronto ne alter was hat mir für ein Level der ist 152 oder irgendwie naja den schafft man nicht mit Feinbogen das kommt noch von dir das kommt noch von dir da kann mal einer kommen zu hören oder so ja kannst du mal das hier hinsetzen platzieren hinter mir dann kann ich oder Madi hinter mir jetzt hier in die Lücke rein bitte ich krieg das irgendwie nicht angezeigt ich bin voll bis in das Sache ich kann mich nicht bewegen naja der Bronto hat gekackt danke ja ich hab nen Kompostbehälter kann ich jetzt bauen ja cool ich will die Kacke gleich sammeln ja mach mal alter 227 Leder so ich brauche ich hab den großen Codhaufen mitgebracht ja behalte den mal ganz kurz ich mach gleich den ich baue jetzt den Ding ich brauch nur ein paar Sachen ich muss mich eh gar mal kurz ausloggen wieder einloggen ich hab keinen Ton morgens hörte ich mal kurz war ich bin überhaupt er ist dich fast auf dem Ponto geschossen hast du noch äh feile ich habe ein feiliger war hier hat man sich ja in der dann hat man Klamer macht man wenn findet ihr hier ist du jetzt alles eingesteckt auf denn ja Junge, ich knell ihn gleich ein, wirklich. Er war nicht hier, er macht uns die ganze Hütte kaputt. Kann er nicht mal fünf Meter nach links gehen oder so weit? So ein Pfeil merkt er halt auch einfach gar nicht, wenn man da einen reinjagt. Doch, merkt er, aber wenn er mit seinem Schwanz zuhaut, dann hatten wir mal eine Hütte. So, Narkotik ist alles durch, wie es aussieht, 70 Narkotiks und 70 normale kann ich jetzt hier wieder hinschmeißen. Wir haben kein Holz mehr in die Kisten, ne? Ja, ich weiß. Was? Ja, ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Holz. Ja, ich geh grad selber. Ja, ich brauch Holz und weiterbauen. Ich muss zweite Etage noch fertig machen. Egi, hast du die Narkotikpfeile schon fertig? Hab ich die da hingeschmissen gerade, voll flüssig. Sehr gut. So, jetzt kann ich den Kompost aufbauen. So, jetzt kann ich den Kompost aufbauen. So, jetzt kann ich den Kompost aufbauen. So, ich hab einen Bowler. Wenn du einen Flugs auch hier findest und einen Bowler hinkriegst, dann ein bisschen gut. So, ich hab fünf Bowlers am Start, alles gut. Na, die könnt ihr doch gar keinen Sattel bauen, oder? Ähm, Sattel kann ich da noch nicht nehmen. Wenn, Junge, noch 200 Punkte. Hm, das sind 38. So, alles was ihr jetzt an Kacke findet, aufbewahren. Ich baue jetzt ein Kompostdingens. Jawohl. Was, aufbewahren? Kacke. Hab ich hier auch zu Hause noch ein bisschen was? Ne, das möchte ich nicht. Schick die doch einfach bei Posten. Gib Adresse, ich schick dir das alles zu. Gutes, wenn die von dem Bronto die Kacke, wenn der mal kackt hier. Ich hab von ihm eine Kacke dabei, hab ich hab's reingemacht. Warte mal, hier liegt glaube ich noch eine Kacke rum, oder? Leicht überladen. Was fliegt denn das denn wieder rum, aus so nem Baum? Ein dickes Häufchen hast du jetzt in deinem Kompost. Das ist ein Tömchen weit foltern, womit mit Kacke? Du kannst, äh, Leute... Ich hab gleich mal eine 200.000 Punkte zusammen und werden halt auch schon zusammen. Da geht ja gar nicht drauf. Hm? Tschüssi. Bitte was? Ja, ja, gleich jetzt soweit. Ne, 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 das dauert noch. Ne, ne. Ne, ne, also das ist gleich soweit. Mach doch einfach bevor du das Vorlauf gehst auf, leider. Zack! Das sind gar nicht mit den letzten zwei Tage ja schon geärmacht. Aus Versehen die Punkte resettet. Ach so! Wir müssen alle mit der Bandulle anfangen. Ja, genau. Der Battle haut 500 Sora. Siehste, der Battle sammelt gar nicht. Stell dir mal vor, wir würden Battle auch noch sammeln, ey. Drei Leute. Ich sammle auch. Ja. Dann gehe ich. Wann gehst du? Kommst du denn nie wieder? Nein, Dodo. Niemals mehr. Niemals mehr. Ja, nein, sowas tue ich nicht. Ich hab wieder ein paar Rottenfleisch. Mit dem Volk überall. Oha. Oha. Schade, der rote... Der rote... Ich glaube, ich kack mir immer in die Hose. Ich sehe meine Kacke immer nicht. Die ist nicht geholt. Deswegen siehst du das wahrscheinlich nicht. Für Kacke sammeln ist der Fiomia sowieso immer am besten. Oh. Da hat er platt mal ein Bronto geschissen, Junge. Ja, hier ein Dings geschissen. Sieht der mir doch. Seck vor die Nagel. Schönes Pullerchen. Da liegt noch eins beim Dings. Sorry, oder? Ich gehe meine Hütte. Ich laufe mal einen Kaffee schnell. Im Ende des Scream. Geh mal nach oben. Kommst du nicht drum rum. Jo, bis gleich. Jo. Oh, hier so ein weißer. Alter, der sieht hier richtig geil aus. Habt du den schon gesehen? Ja, was? So ein weißer, wie heißt der Flugding oder noch? Petri. Petri. Petri, ja. Schöner weißer, Alter. So ein Albino. Ja. Der sieht gut aus. Wir brauchen mal Rohfleisch auf jeden Fall. Ja. So, rohfleisch. Brauche ich für den Petri. Geh jetzt mal mit meinem Silo auf die Jagd. So, ich hab gerade alles verrotten lassen, die wir hatten. Keine Küche auf die Jagd. Ich komme mit dir. Wir nehmen gleich unser Silo mit. Da hinten sind ein paar. Oh nein, ich bin voll. Scheiße, ich brauche ein bisschen. Ich bin schon da nachts. So, wollen wir noch ein bisschen was jagen? Ah, bin ich hier. Ich hab hier Dings mit dabei und dahinten sind auch noch ein paar Dinos. Braucht ihr denn Fleisch oder was? Ja, Rohfleisch. Ich hab grad einen Petri getamt. Wo liegst du denn? Wo liegt der denn? Da liegt, wenn du von der Base, wenn du aufs Wasser guckst, nach links läufst, am Strand. Petri, brauchst du Fisch? Petri? Nee, brauchst du Fleisch. Links, Alter. Also, sprich Richtung da, wo wir hergekommen sind. Richtung, ähm, violetten Orbs, der runterkommt. Na, warte, ich bin jetzt noch 160 Fleisch in der Tache. Ich komm da mal eben hin. Geh die nach ner Zeit weg oder habt ihr hier schon ein paar gesammelt? Was? Was denn? Die Orbs. Die gehen mit der Zeit weg. Die gehen mit der Zeit weg. Die sind stufenabhängig auch, ne? Kannst du halt jeweils bleiben? Ja, bei den Orbs kann durchaus mal was Starkes rumlaufen. Ja, ich glaub, der Pronto, der wohnt hier. Der wird hier nicht weggehen. Ja, ich nehm. Die einfach von so einem Pronto verscheu ich in einer, kann ja immer die Wahl sein. Aber wenn sich einmal opfert, kann einer ihn anhütteln und dann weglocken. Ja, ne, lass den mal. Das geht nicht gut. Wenn der nicht weit genug weg ist, dann ist hier alles im Arsch. Stimmt allerdings. Das hast du gut gemacht, Dini. Ah, ne, geil, heiße. Wird gerade erstmal zwei Silos gefressen. Da bin ich aber gerade schön durchgelegt. Oh, Alter, bin ich aber gleich zurückgesetzt worden, ey. Schönes Rubberbending. Äh, kacke, wo hab ich denn jetzt? Also hier sind voll viele Doros. Hallo, was ist das hier für eine Jaule? Hm? Die Jaule? Das sind vorhandene Wölfe. Das ist die Nacht. Das ist die Nachtzeit. Denk mal nicht, dass die nicht vorhanden sind. Jaule? Jaule? Das sind dann halt so Sachen drin. Hm. Können Strohwände drin sein, kann aber auch eine Pistole oder ein Gewehr drin sein. Das ist ganz unterschiedlich. Oder halt auch Blueprints. Oh, Metallwerkzeuge können wir bauen. Ja. Registriert jeder Kiste. Ab 20 können wir Metallwerkzeuge bauen. Also ich kann's lernen, ich hab genug Punkte über. Dann wird's. Ne, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Taming und Zettel und Betäubungsgedöns. Ja. Aber ich sag mal, Werkzeug braucht sowieso jeder, dass ich das jeder unabhängig fand. Ich hab meine Wunderkerzen mitgebracht. Werkbank, äh, Stein kann ich auch schon lernen jetzt hier. Soll ich Armbrust lernen oder willst du den Pfeilenbogen benutzen? Armbrust, ja, lernen Armbrust. Armbrust ist gut. Teil Pieke, wo ist denn hier das Werkzeug? Das sehe ich so nicht. Werkzeugsbaden 20, in der Werkbank. Ja, ich hab's gesehen, okay. Gibt nur die zwei, ne? Ja, erstmal, hm, die Fenster kommt später. Ihr könnt die, ähm, Skins, die ihr in eurem Inventar habt, könnt ihr runter dann auf die jeweiligen Werkzeuge ziehen, ne? Und dann habt ihr das Skin drauf. Ja. Nur so als Info. Was ist das? Ähm, achso. Bin mal kurz im Lörk. Alles klar, Vaneta. Wir brauchen wieder ganz viel Leder. Äh, 65 brauche ich für den Schmelzenofen. 20 für die Werkbank. Äh, geh mal in meinem Dilo gucken. In deinem Dilo gucken? Ja, mein Dilo ist fast drin. 12. Naja. Ich komm gleich zur Basis, ich hab noch 90. Der kann wohl nicht viel große Sachen fressen, ne? Die ist schon wieder zu kalt. Oh, jetzt hat das wieder geschissen. Kann man die noch aufheben hier, die Betten? Hier ist ein Track Level 27, das hat grad geschissen. Aufheben. Ja, hebe auf die Kacke. Äh, schaffen wir das 27er? Menschliche Fäkalgeln. Da ist schon Leder? Ja, schaffen können wir das, wo sind wir? Äh, neben unserem Haus. Also auf der anderen Seite. Ja, genau. In die andere Richtung locken dann. Hier ist der Kompost, hier soll er die Scheiße rein. Ja. Geil. Also können wir die zwei, die hier noch die Schlafsäcke hingelegt haben, die bitte aufheben und hochlegen? Also in den zweiten Etagen. Großer Cothaufen. Ja, dann kommt da in die Ecke die Werkbank. Das spielt. Oh, oh. Oh, oh. Du musst laufen, ne? Oh, oh. Du musst voll weglaufen, ne? Du musst voll weglaufen. Wo bist du denn jetzt? Kalt. Dann ist immer kalt, kalt, kalt. Du musst von mir rennen und nicht weglaufen. Kann ich dir nicht helfen, wenn du wegläufst. Lauf um dich rum mit dem. Du kannst ihm immer schön in die Seite schießen. Autsch. Was ist ja so gemeint? Boah, Alter! Was hast du mal見? Du hast grad beim Wegrennen geschissen. kann ich aus der mir kalt ist ja ich komme jetzt erstmal zu dir damit er die das war der aber die kacke brauchst du nicht wir brauchen nur große kacke jetzt habe ich meine kacke da reingepackt ne kleine kacke wollen nicht da dann nehme ich die wieder mit nach hause keine auf eine kacke angewiesen ist ja schon aber ich bin fast tot ich glaube ich sollte noch was wo habe ich aber mehr ströhe kann auch nicht wie weit ist das ihren ja das ist weil die nix fahren weil die nur um rennt und toten toten und beim weglaufen rumkacken tut naja lederfarm komischerweise habt ihr nix in der tasche naja dann sieht schon mal zu dass er metall kriegt weil sonst ist nix mit metallwerkzeug ich hab schon metall da reingelegt ich auch ein klumpen ja damit kommt aber leider nicht so weit auch immer noch holz also ich weiß es aktuell weit weg aber ja ich bin gerade was hin oder so ich weiß nicht was hast du denn jetzt ich bin drin ja ich bin reingelaufen warte mal ein zweite kackebehälter die haut braucht es du sagst du ja und was noch hier sind die noch selbst wie die scheiße heißt ja feuerstein habe ich noch die pack ich habe ein mörtel rein der vollständige kiste auch noch ganz viel über kreuz mal aktuell welche zum bauen danach kannst du dich bedienen naja wir brauchen wegen ich würde mich jetzt gerne mal so langsam so langsam auf die metallklamotte gehen denn das ist die axt hier die er pick habe ich bestimmt schon gefühlt 600 mal repariert ja ich wollte erstmal holzen kann ich sofort die dings bauen wie viel holz brauchst du dafür 20 20 ja gut die habe ich jetzt 30 also insgesamt 50 also erstmal brauche ich erstmal brauchen wir ihn und den schmelz rufen wegen herstellung von also das werkzeug sollte sich glaube ich jeder selber lernen weil sonst könnt ihr es glaube ich nicht reparieren ich glaube das war wo man kann es aber reinigen reparieren klicken wenn alles da ist also war zumindest früher so du hast das jetzt gelernt auch ja das werkzeug habe ich gelernt ja also ich habe schmelzofen werkbank und werkzeug ich habe jetzt noch 25 punkte über und ihr habt immer noch nicht euren scheiße weggeräumt wieso kann ich ihn nicht bauen jetzt sag mal bin ich bescheuert möchtest du darauf näher mal mausrad rein und raus drehen wegen der perspektive eventuell wie witzig das auch aussieht wenn du den so anguckst wenn er läuft das ist ja gar kein laufen ich habe mal 50 holz reingepackt wir wissen noch schlafsack antares muss weg und schlafsack malz muss hier weg muss nicht aber ich bin am verhungern ich brauche noch leder um ein neues bett oben sind zwei betten die sind für alle da ja das wäre aber nicht verkehrt wenn man ein paar mehr hat man etwa ich bin die straße gehen warum wieder hinlegen ihr könnt ihr einfach aufheben wenn noch 100 was 100 was 100 ich habe nichts gehört gut so ich habe keinen Meine Güter! Die würden man sich da irgendwann dran nehmen, wa? Ich glaub, das konnte man sogar ausstellen, dass das Kamera wackelt Oh, hier ist ein Itchy ganz nah an unserer Station Was für ein Itchy? Achtung! Der geklaut uns sonst Schnapp dir den Ding Das hat ihr folgt und greif ihn an, dann holt er sich den Zeig uns das mal, wie das geht Ja Oh, jetzt fliegt er weg Gott sei Dank Ähm, in den Option könnt ihr die Kameraerschüttung komplett ausstellen, ne? Dann wird das nicht mehr, wenn der Pimmel da so lang läuft Ja, ich guck mir das auch ein bisschen ein Ja, der Schwanz haut quer durch unser Haus Ja, wenn wir den angreifen darf keiner im Haus sein Guck mal, sonst greift er nämlich den nächsten an, der da ist Ich weiß nicht Ja, da ist das eine Ja, die sind